Ich schreibe einfach mal Danke. Kann ja sein, dass es ein Kompliment war. Was ich irgendwie nicht glaube, aber kann ja sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocheleague. Doch heute bin ich nicht alleine, sondern mit dabei ist Raichen. Moin Leute! Wir haben zuvor schon eine Folge aufgenommen, die könnt ihr bei Raichen angucken. Die war so schein. Ja, weil wie du gespielt hast. Also ich war ja on top Geil-O-Matico, aber du warst jetzt nicht so. Ja genau, aber du warst auch nicht gerade so geil. Ja, am Anfang, aber danach meine Vorlage für mein Tor war einfach lecker. Okay, dieser Karre ist geil, ne? Ja, die benutzt du schon seit drei Millionen Spielen. Ja, dann machen wir bitte ein Tor. Oh, du hast einen, oh Gott. Der war relativ gut sogar. Alter, ich glaube, ich weiß nicht, ich soll dich jetzt immer nie. Äh, nein, schade. Machst du den? Oh, okay, hast du ihn gehört, schön. Ja, ich bin am Tor. Ich vertraue dir irgendwie nicht. Ja, ist gut, ne? So, okay. Mach mal bitte irgendwas Gutes. Ja, ne, ist okay. Okay, deine Chance. Ja, schade. Aber nehme ich an. Hast du eine Vorlage bekommen? Ne, schade. Aber hast du gut gemacht. Scheiße. Oh, hast du den Ball nicht mehr berührt. Aber, aber, super. Aber ich habe den anderen, aber, alter, das ist ne, das ist geil. Ja. Äh. Äh. Äh, Hilfe. So, gleich wieder zurückfahren. Man muss das sobald nicht direkt in mein Gesicht fliehen. Oh. Oh, shit. Oh, was hast du denn gesehen? Nein, leider nicht. Oh, ja, okay, gut. Ja, okay, gut, ja, ja, ja. Also lasst du mich da vorne alles alleine machen, oder wie? Ja, klar. Möchte mal gucken, wie gut du bist. Und, deine Chance. Schade. Äh. Krass. Ja, jetzt, 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 jetzt. Nein, nein, schade. Ja, ich, ich muss das Auto trennen. Aber ich könnte rückwärts springen, noch vielleicht. Rein theoretisch, aber das ist relativ schwer, so etwas zu kontrollieren. Du Autorfer. Nein. Nein, ich habe, nein. Oh, Gott. Ich habe ihn zerstört und nicht den Ball berührt. Ich bin bei der Schuld, ne? In der letzten Folge. Schau, schau mal, wie knapp das war. Weil er nochmal reingesprungen ist. Ja, es tut weh. Weil du, weil du noch explodiert bist. Nein, ich habe ihn gesprengt. Ich wollte den Ball treffen, hatte ich dich reingeworfen. Achtung, auuuh. Ja, kann man, einfach fast ein Eigentor gemacht. Aber egal. Okay, machst du eine Flanke? Oh, schade. Machst du eine Flanke? Letzt, ja? Ja, schade. Äh, 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 alter. Nein, nein. Einfach dann vorbeifliegst. Jawohl. Kannst du was draus machen? Schade. Ach, Dick, warum treffe ich den immer? Ja, das sah gut aus. Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, danke, dass ihr, danke, dass ihr Opfer den verhauen habt. Nein, das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Nein, bitte. Alter. Nein. Oh Gott. So, zack. Zack. Werde da? Werde da? Ja, sorry, ich habe keinen Nitro, kann nichts machen. Deine Chance. Schade. Meine? Nicht Chance. Machst du was? Ja, nee. Ja, machst du was? Ja, schade. Da. Ja, komm schon. Komm schon. Okay, hier für dich, hier für dich. Kannst du irgendwas damit machen? Schade. Ah, fuck. Ja, ich bin in der Scheisse gestanden. Ja, hier. Jedes Mal. Nein. Ah. Läu. Ja, wieder reingekullert. Der ist so schön. Oh, der war richtig lecker. Schau dir das an, zum Geniessen einfach. Oh, ja, und wieder vorbei. Oh, die fliegt doch nicht. Ich weiss, du immer so einen Millimeter knapp, da kann ich auch schon vorbeifliegen. Ja. Na, jetzt übst du noch ein bisschen. Ja. Ja. Ja, ist okay. Nein. Oh Gott, wie der Pisser mich erst mal wegtreten wollte. Aber ich bin natürlich so ein guter Spieler. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Der ist souverän. Ich vertraue auf dich. Ja, schade. Hier, Mitte. Und, deine Chance. Schade. Ich bin verfixt. Hab ihn. Hier, für dich, Mitte. Noch mal kurz ein bisschen hochlegen. Oh, schade. Der hat kein Nitro. Okay. Oh, aua. Sorry. Alles gut. Oh, nein, wir röhnen bestimmt. Oh, okay. Aua. Das war feinlich. Egal. Bin auch da, bin auch da. Ja, lecker. Nicht so lecker. Das sieht jetzt irgendwie nicht so gut aus. Oh, was war das für ein Versuch? Was tue ich hier? Oh Gott. Konter, 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 konter. Ja, aber komm schon. Komm schon. Bitte, gönnt mir. Danke. Oh, ihr seid so Gönner. Oh, danke. Fühlt euch geküsst. Auf den Nacken. Oder auf die Tomate. Oh, geil. Ja. Aber du hast es jetzt gerade immer mehr mit den Tomaten, ne? Ja, klar. Ich liebe Tomaten. Kennst du diese kleinen Tomaten? Diese wirklich ganz kleinen? Die sind so geil, ne? Die sind einfach geil. Das kann man nicht anders beschreiben. Die schmecken einfach... Die schmecken irgendwie auch wirklich anders als die anderen Tomaten. Als die großen. Obwohl es ja beides Tomaten sind, so, ne? Oh, ja. Ja, scheiße, ich war doch gerade da, Mann. Wolltest du mir das Zock klauen, ne? Nein, dann hätte ich sie gegönnt. Ja, fang mal vor. Machst du super. Ja, schade. Das ist jetzt so Tomaten. Ich hab sie beide in die Luft gejagt. Beides. Ja. What the ffff. Okay. Ja, GG, wir haben gewonnen. Nice. Hier, 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 hier. Es ist mein Staub, ihr Loser. Ja. Okay, komm. Was ist die? Ja. Okay, nix, nix, nix. Das Spiel gewinnen wir. Das Spiel gewinnen wir. Ich hab so ein Gefühl. Ja, okay. Du hast die Morin, ne? Nicht nur da. Ich hab's überall. Ich hab ne Ball nicht spurt, weil ich dachte, ey, brüht ihn. Es sind alle vorbeigeflogen. Außer ich. Ja. Okay, der Ball kommt. Gut. Deine Schau. Oh. Ich hab nichts gesagt. Okay. Was? Ja, ist okay. Ich hab ja nichts gesagt. Ist okay. Hoi. Und jetzt. Lecker. Das schmeckt lecker. Nach Tomaten. Ankula. Ja. Find ich auch. Ich bin eine sehr coole. Okay. Geh du zum Ball. Ich fahr zurück und beschütze das Tor. Äh. Ja, genau. Für sowas. Guck. Au ja. Oh lol. Ich lass ihn. Ich lass ihn rollen. Einfach lecker. Schau mal. Ah man, Ankula. Ja, ja. Ich hab einfach kein Problem. Weiß nicht, was er mit Ankula meint, aber ist mir egal. Oh mein Gott. Ja, das ist richtig. Oh mein Gott. Komm bitte, treff den Ball. Ich wette drei Jahre auf dich. Oh, okay. Kann man überhaupt Jahre, Lebensjahre wetten? Eigentlich ja nicht, ne? Weil das wär ja irgendwie doch ein bisschen... Loil, du hast ihn voll gemacht. Und mir bleibt das ein cooler. Hallo? Du bleibst es? Ich warte seelssichtig darauf. Ja, dann halt. Äh. Schade. Das war knapp. Mein zweites Tor in Rocket League. Ja. Ne, dein drittes. Du hast ja in der Folge, glaube ich, zwei gemacht. Ne, dein zweites sicher? Ja, bei mir hab ich noch nie eins gemacht. Meine Folge. Ja, in meiner Aufnahme. Glaub ich, hast du doch mal zweites Tor gemacht. Eins? Ich schau nochmal nach. Oh ja, danke, dass du nicht getroffen hast. Weil dann kann ich den Ball treffen. Null. Uuuu. Höh. Höh. Ankula. Ja. Ich weiß noch nicht, was das heißt, aber ich hab's einfach mal geschrieben. Ich könnte ein Kompliment sein oder eine Beleidigung. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht guck ich das da mit Google-Übersetzer nach. Was auch in der Sprache das auch immer ist. Umkehren. Das war jetzt nicht wirklich gut. Aber die sind einfach schlecht. Oh, ich auch. Bin vorbeigefahren. Ich hab den Ball. Er ist gerettet. Ich hab den Ball einfach treffen müssen. Aber ich bin einfach dumm wie ein... Er schreibt da einen Cuda. Lull. Ich schreib. Keine Ahnung. Ich schreib einfach mal Danke. Kann ja sein, dass es ein Kompliment war. Was ich irgendwie nicht glaube, aber kann ja sein. Ja, super. Ich fahr zurück. Nein, 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 nein. Nein. Was tue ich da? Was mache ich da? Eil. Schau mal, was tue ich da? Schau mal, was mache ich da? Häh. Neu. Ups. Ich möchte jetzt unbedingt wissen, was ein Cooler heißt, ne? Umkehren. Den hab ich. So. 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 Hinlegen. Genau. Mal kurz. Den Ball richtig schön rein. Oh. Ich war auch gerade hier. Fuck. Hab ich ihn dir geklaut? Ja. Tut mir leid. Schau, schau. Oh, okay. Oh. Ja, tut mir leid. Habt ihr nicht gesehen. Sieht ja schon mal super aus. Äh. Ja. Nein. Nein. Ich hab den Ball nicht getroffen. Ja, komm schon. Äh. Ja. Gerettet. Opfer. Hab ich auch keine Parade bekommen. Und getroffen. Ich hab mal. Ich bin ein sehr cooler. Äh. Komm auch rein. Schade. Warte, ich lege ihn dir vor. Hier, bitteschön. Okay, da war richtig widerlich. Ja. Äh. 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 Ja. Ich bin tot. Oh. Hab ich nicht mehr berührt. Was? Schnell, schnell, schnell. Äh. Ja. Oh ja. Leid. Wenn er nicht mehr berührt, dann ist er drin. Ja, leid. Hä? Internet? Oh, danke. Oh Gott, ich dachte schon, das wäre jetzt kein Tor von mir. Schauen, wie lecker ich den getroffen hab. Und er kam einfach nicht mehr nach. Geil. Junge, kann der mal bitte aufhören, scheiß an Cooler die ganze Zeit zu schreiben? Ich weiß nicht, was es heißt. Bitte. Aber mal kurz aufkommt. Oh, neu. Ja, dein drittes Tor. Ich hab dann bald nicht mehr berührt. Ich war nicht mal ansatzweise da. Ja, wir haben einfach noch nicht berührt. Äh, was tun die da? Schau. Wow. Ja, moin. Ja, nehmen wir schon. Ja, klar. Wir haben sieben Tore. Hoi. Meiner, meiner, mein. Du, Hund. Was? Hättest du mir ruhig klauen dürfen. Ich wär ja auch nicht böse gewesen. Äh. Hab ich den berührt? Ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Moin. Ich trete mal ganz kurz. Dankeschön. Ich hab mal ganz kurz den Tro. Dankeschön. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Ich weiß nicht, was ich mache, aber ich hoffe, es ist irgendwie sinnvoll. Okay, es war nicht sinnvoll. Ja. Oh ja. Oh ja. Weißt du nicht, ob das gut war? Aber ich hab den Ball getroffen. Komm, bitte hau den Ball weg. Ja, fast. Komm, bitte hau den Ball weg. Ja, fast. Ja, ja, klar. Bin ja da und reit in den Tag. Wie die drei Millionen folgen dahinter zuvor. Auch. Komm, hier für dich. Nein. Ich dachte, du berührst ihn nochmal, weil du genau da standest. Ich hab wirklich exakt zu dir gepasst. Jetzt hat. Schade. Ja, der Reiter hat mich drum von hinten nach. Vorhine gespickt. Lol, dass ich den berührt hab, hätt nicht mal ich geklappt. Moin. Ich kann mir mal ganz kurz zu den Nitro. Du Sack. Äh. Ich sollte mal kurz hier. Mal kurz den Jungen hier. Komm, nicht austricksen. Ich hab mich eher selber ausgetrickst. Oh, aber in ein bisschen falsche Richtung, ne? Na, nee, war souverän. Guck. Zack. Jetzt mach ihn rein. Mach ein Tor. Komm, komm. Mach ihn. Nicht mich. Ich hab versucht extra irgendwie wegzugehen, ne? Mach ich dich rein. Ja, ich weiß. Schau mal. Guck und dann. Äh. Oh, Mann. Mit der ist es zähne aus. Alter, es liegt nicht an mir, dass du keine Tore machst. Ich hab, ich wollte ihn dir wirklich schenken. Mann, ich bin so ein guter Freund. Und du nimmst es einfach nicht an. Sorry, dass ich so scheiße bin. Alles gut. Äh. Oh, meine Hütter. Sorry, ich hab komplett versaut. Warte, hier eine neue Chance. Da. Warte, ich leg ihn nochmal ins Gesicht. Schade. Warte, jetzt halt. Okay, schade. So, hier. Ach, du bist nicht da. Oh, der kriegt noch. Jo. 9-3. Das ist ein Sieg. Der kommt 100% ins Video. Also, darauf verzichte ich so ungern. Nee, dann scheinst du raus. Ja, genau. Ja. Also, Leute, dann ist der Schluss, ne? Nein, Spaß. Ich, wir genießen jetzt noch die letzten 6 Sekunden des Zooms und des Sieges. Nein. Du machst die 10 voll, Junge. Alter. Nein. Jetzt schau dir das an. Oh, das war lecker. Unter der Latte rein, Junge. Geil. Ja, wir haben gewonnen. Ich hab drei Tore. Weckgemach. Ja. Geil. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert beide Kanäle, um immer up-to-date zu sein. Schaut unbedingt bei Raichen vorbei, weil da ist eine Folge online gekommen. Rocker League, wo ich auch dabei bin. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.